Ja, liebe Kinder, was interessiert euch jetzt so an Mission X trainiere wie ein Astronaut oder was erwartet ihr euch davon? Also, bei mir interessiert es beim Planeten und beim Raketen. Mit dem Raumanzug kann man Sauerstoff kriegen und schützt dich gegen den extremen Temperaturen. Ich interessiere mich für den Countdown und die Planeten und für die coolen Raketen. Die Astronautenleiter, die unter Wasser den Raketen gebaut haben. Mich interessiert das Thema Weltall am meisten. Und ja, die Raketen finde ich auch so spannend, die Planeten auch. Und ja, ich möchte auch einmal gerne im Mond fliegen, wie die Planeten in echt ausschauen, wie es sich anfühlt in dem All zu sein und wie die Raketen aussehen in echt. Ich möchte die Astronauten, dass die in der Rakete fliegen können und in den Mond fliegen. Und mir interessiert auch so dann das Essen, dass die Milch oder so als eine Kugel wird und dass man auf der Seite schläft und so. Und ich will auch einmal in den Mond fliegen und ein Astronaut sein. Also, ich interessiere mich für den ganzen Weltraum und für den Planeten und wie ganz genau sie gemacht wurden und seit wann den es gab. Auch über die Astronauten, die sie alles überleben und erleben und auch noch, wie die Rakete ganz genau gemacht wurde. Mir interessiert die Astronauten. Ich erwarte, dass ich viel mehr erleben werde und mehr kennenlernen werde. Also, ich interessiere mich für verschiedene Erden, Pluto, Mars, Uranus, Erde, Saturn. Und wenn ich mal groß bin, möchte ich auch mal durch den Mond fliegen und dass ich der beste österreichische Alex den Mond besuchen werde. Ja, das macht Spaß, Sachen über Weltall zu lernen. Untertitelung. BR 2018